So, zeige ich euch mal was gesundes. Der Zott Sahne Joghurt, ja, Ironie aus, im Testvideo. Ein Wunschvideo von der Anne. Die Sorte Stracciatella wird von mir genauer angeschaut. Was steckt drin, wie schmeckt er? Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Yo, Tag auch, seid schön gegrüßt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich präsentiere euch hier den Zott Sahne Joghurt in der Sorte Stracciatella. Ein Wunschvideo von der Anne. Wieder Aufforderung an euch. Ihr dürft euch gerne immer Sachen wünschen, die ich mal testen soll. Wenn ich es einsehe, das Geld dafür zu bezahlen, dann tue ich das. Wenn ich es nicht einsehe, könnt ihr mir jetzt bei Patreon spenden. Ich habe einen Kanal offen. Ihr könnt mir auch eine Nachricht schreiben oder es mir einfach zuschicken. Das machen nur allerdings die wenigsten, glaube ich, auch. Und, ähm, naja, ich wollte es nur nochmal hier wirklich kurz ausführlich sagen. Ihr könnt euch alles wünschen. Ich kaufe wirklich sehr gerne Sachen. Ähm, nur wenn da mal Sachen bei sind, wo ich sage, sehe ich nicht ein, dann sehe ich es halt nicht ein. Wenn ihr dann trotzdem einen Test haben wollt, dann könnt ihr mir bei Patreon was spenden. Dann mache ich das gerne. Ähm, ne, die Arbeit, die ist quasi umsonst. Aber dann irgendwie jetzt, was weiß ich, so einen Hummer für 30 Euro zu kaufen, sehe ich nicht ein. Dann müsst ihr mir die 30 Euro geben, dann kaufe ich mir einen Hummer. Also ihr versteht wohl, was ich meine. Ähm, der Sahnejoghurt von Zott in der Sorte Stracciatella wird jetzt hier getestet. Ja, ähm, Joghurt gibt es bei mir relativ selten. Ich habe mal Almigurz einige getestet und auch so Skürprodukte, Quarkprodukte. Aber so reinen Joghurt ist doch eher seltener. Es gab aber halt mal ein paar. Und jetzt hier mal wieder, ich sage mal, einen der bekanntesten, einer der bekanntesten Marken von Zott und dann eben der Sahnejoghurt. 150 Gramm sind drin, kostet halt, glaube ich, 70 Cent, wenn ich mich nicht irre. Man möge mich korrigieren, ich bin mir da gerade echt nicht so sicher. Moment, ich gehe mal kurz im Internet schauen, ob man irgendwo einen Preis findet. Ja, ich lag mit den 70 Cent nicht ganz daneben. Ich habe gerade mal im Internet geguckt. Bei Real ist er mit 65 Cent angepriesen. Da habe ich ihn auch gekauft. Für 65 Cent bekommen wir 150 Gramm und lassen uns verwöhnen von einem cremigen Zott Sahnejoghurt mit ausgewählten Zutaten. Ausgewählt ist übrigens alles, was man eben auswählt. Ausgewählt heißt ja nicht gleich, dass es gut ist. Da hätte man irgendwie was prägnanteres. Schreiben wir vielleicht sowas wie mit guten Zutaten. Weil ausgewählt, ja gut, gut ist auch subjektiv. Man könnte es auseinanderklamüsern. Ist doch egal. Sahnejoghurt mild mit Schokoladensplitz oder Splitz. 10 Prozent Fett im Milchanteil Zutaten. Sahnejoghurt mild, Zucker, Wasser, 2,1 Prozent Schokoladensplitz, die da bestehen aus Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, eine modifizierte Stärke und Aroma. Die Nährwerte haben wir hier. Ist ein ziemlich gewaltiger Joghurt, eben Sahne. Dafür wahrscheinlich leider geil. 9,5 Prozent Fett, Kohlenhydrate 15,2, 14,8 Gramm davon Zucker. Also schon wirklich ein Genussprodukt. Gut, muss es auch geben. Lecker. Ich persönlich feiere total den Almigurt Stracciatella. Wie der jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nie probiert. Schauen wir ihn uns mal an. So sieht er erstmal aus. So weit, so gut. So weit, so, ich sag mal, ja, sieht gut aus. Man hat hier so Stracciatella-Splitz drin. Am Rand oben den etwas festeren Joghurt, weil das halt an dem Deckel immer so ein bisschen eintrocknen kann. Wenn das nicht alles in der Hauptmasse landet, dann kann er ein bisschen mehr Feuchtigkeit entweichen. Dadurch wird dann Joghurt am Rand manchmal ein bisschen trocken. Das kennt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel Joghurt auf dem Teller habt und ihr spült den nicht direkt am gleichen Tag. Dann ist er am nächsten Tag trocken halt, weil die Feuchtigkeit entwichen ist. Und das ist ja hier genau das Gleiche. Weil der Deckel, der lässt ja auch minimal was durch. So, übrigens züchte ich jetzt hier schon seit anderthalb Jahren Joghurt im Kühlschrank. In einem halben Jahr können wir uns den angucken und schauen, ob man zwei Jahre alten Joghurt noch essen kann. Ein Jahr alten Joghurt gibt es schon. Schaut jetzt wieder auf meinen YouTube-Kanal. Anderthalb Jahre Joghurt habe ich auch schon mal getestet. Als nächstes kommen zwei Jahre. Und ich habe mir so viele gekauft, dass ich dann immer ein Jahr weiter schauen kann. Also ich habe ungefähr zehn Joghurts, die jetzt seit anderthalb Jahren abgelaufen sind im Kühlschrank. So, der Zott-Sahne-Joghurt. Mal kurz für einen Foto einen Löffel mal sauber lecken. Ich kann nämlich dann immer schön... So, das sieht doch gleich viel netter aus. Zack, Foto. Und jetzt probieren wir ihn mal, den Zott-Sahne-Joghurt. Oh ja, erinnert mich direkt an den Almigurt vom Geschmack. Joghurt, nicht säuerlich. Also es ist kein säuerlicher Joghurt. Oh, lecker. Lecker. Voll vom Geschmack. Ein bisschen dicklicher als der Ermann-Almi-Joghurt. Und ähm... Schöne, knackige Schokosplitz drin. Die kann man hier auch ganz gut sehen. Kann natürlich immer ein paar mehr drin sein. Aber ich denke, das ist so ganz okay. Ich finde, vom reinen Geschmack ist er dem Almigurt echt ziemlich identisch. Vermutlich liegt es an den Aromen, die sie beide benutzen. Vielleicht nehmen sie das gleiche Aroma. Wie gesagt, der hier etwas dicker. Ich finde es nicht, dass er viel fetter schmeckt. Ich glaube, es ist schon ein paar Kalorien mehr drin. Ein paar, ein bisschen mehr Fett drin, meine ich. Oder ein bisschen mehr Sahne. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher beim Almigurt. Stratzettel, könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben. Aber rein vom Geschmack finde ich sie ziemlich identisch. Und verdammt lecker. Sehr leckeres Teil. So viel mehr kann ich euch dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Der Rest wandert jetzt gleich mit mir auf die Couch. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick von diesem Produkt bekommen. Ich sage danke, Anne, dass du mir ein schönes Produkt empfohlen hast. Und nochmal die Aufforderung an euch, mir doch mal auch einen Tipp zu geben. Was kann man mal auswählen? Was würdet ihr gerne sehen? Und wenn es der Hummer sein soll, schaut mal bei Patreon rein. Oder schreibt mir eine E-Mail. Dann sage ich euch, wo ihr den Hummer hinschicken dürft. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.